Vor dem Urlaub am besten alle Zucchinis an deiner Pflanze abernten, auch die ganz kleinen, die schmecken auch schon. Sonst kommst du aus dem Urlaub zurück und deine Zucchinis haben sich in ungenießbare Riesenkeulen verwandelt. Ich breche jetzt auch alle Blüten raus, sodass die Pflanze nach ein bis zwei Wochen voller perfekt erntereifer Früchte hängt. Die Blüten kannst du übrigens auch essen.